hallo und herzlich willkommen hier aus dem studio der berlin brettspiel com ich bin der alex und heute endlich wieder mit neuigkeiten für euch da das große thema ist ja was passiert mit den tickets vor einigen wochen haben wir euch ja den neuen termin den verschiebe termin im dezember announced zwar vom vierten bis sechsten dezember findet die berlin con 2020 ja statt aber es war ja immer noch unklar was passiert jetzt genau mit den tickets welche möglichkeiten habt ihr da und 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 wir haben in der zeit jetzt mit unserem ticket anbieter ticket pay zusammen und natürlich auch hier intern mehrere möglichkeiten für euch ausgearbeitet und aktuell werden auch die e-mails von ticket pay an euch versendet also auch schon mal ganz wichtig schaut jetzt nach dem video gleich mal in euer postfach oder vielleicht gibt uns noch ein zwei tage aber spätestens dann solltet ihr auf jeden fall post von ticket pay erhalten haben guckt also auch mal in den spam ordner es ist also die e mail adresse mit der eure tickets ja gekauft habt und in dieser e mail werden denn die unterschiedlichen möglichkeiten für euch dargestellt und ihr könnt sie auswählen ich fasse jetzt mal kurz zusammen was für möglichkeiten es sind und gehe danach dann noch mal ein bisschen ins detail also ihr habt natürlich einfache möglichkeit dass alle tickets sachen werden verschoben in den dezember also ihr kommt dann am vierten bis sechsten dezember nach berlin und ja wir genießen zusammen eine berlincon wie genau natürlich bestimmte sachen dann noch reguliert werden müssen was gibt es vielleicht für bestimmte maßnahmen die wir der einheit müssen das können wir aktuell natürlich noch nicht sagen wir sind dabei uns immer natürlich richtig zu informieren und auch beraten zu lassen also da werden wir gemeinsam trotzdem denke ich eine schöne zeit verbringen können wenn das ganze im dezember so stattfindet dann aber natürlich das kam auch immer öfter jetzt schon auf wie sieht es denn mit 2021 aus und da habt ihr jetzt auch die möglichkeit eure ganzen tickets um zu buchen in 2021 solltet ihr jetzt immer noch vielleicht unentschlossen zu sein wie sieht es aus im dezember oder ihr wisst schon ihr könnt nicht in dezember und 2021 auch noch lange hin und 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 habt ihr auch die möglichkeit all eure sachen in einen gutschein umzutauschen also der gesamtbetrag eurer tickets merchandise artikel und 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 wird in einen gutschein umgewandelt und dieser gutschein ist dann drei jahre gültig und kann also in unserem berlincon shop für weitere veranstaltungen merchandise dann unproblematisch eingelöst werden und da wir natürlich auch diese finanziell angespannte situation verstehen können uns geht es natürlich nicht anders haben wir auch die option der rückerstattung auch da gibt es ja so ein paar sachen wie es kann auch nur in gutscheine umgetauschen und 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 aber diesen weg wollen wir jetzt mit euch natürlich auch nicht bestreiten deswegen haben wir auch die option der rückerstattung wir würden uns natürlich schon freuen wenn ja jetzt nicht alle rückerstatten denn dann kriegen wir natürlich da auch große probleme also wenn ihr uns vielleicht unterstützen wollt und noch nicht genau wisst zu welcher der berlin konzert kommen wollt oder könnt dann ist die option des gutscheins für uns natürlich immer noch eine gute option aber wir können es natürlich auch total verstehen wenn ihr jetzt geld dringend braucht und dann die rückerstattung wählt jetzt vielleicht noch ein bisschen im detail was bedeutet es denn an der einen oder anderen stelle ja also das um buchen auf den dezember das kann man sich relativ unproblematisch vorstellen ihr habt vielleicht ein t shirt oder auch den pin in der early bird phase mitbekommen dann wären all diese sachen per pick up natürlich vor ort für euch da sein und ihr könnt das ganze abholen und ja die tickets behalten also insofern dann ihre gültigkeit für den dezember egal ob ihr jetzt nun etwas neues ausdruckt oder auch nicht der qr-code auf eurem tickets der hat natürlich dann die neue information vierter bis sechster dezember um buchung in 2021 jetzt vielleicht auch schon mal interessant für alle möglichen leute damit announcen wir auch den termin schon denn nämlich 23 bis 25 juli wird die berlin kommt 2021 geplant so stattfinden und ja wenn ihr jetzt um bucht auf den 2021 termin dann müsst ihr euch das so vorstellen dann habt ihr eventuellen t-shirt oder auch ein rucksack oder den pin gehabt das ist denn alles für 2021 also wir haben dann natürlich auch ein neues motiv da gibt es auch schon die ein oder andere idee welcher designer designerinnen illustrator illustratorin das wird das können wir jetzt hier noch nicht verkünden aber dann zum beispiel im beispiel ihr habt da ein t-shirt mit in eurem paket oder extra besteht dann gibt es das t-shirt in 2021 mit dem neuen motiv dann auch als abholung auf der berlin.com thema gutschein ja ist klar ihr seid euch noch unsicher möchtet uns aber unterstützen das ganze wird umgewandelt ist drei jahre gültig denke ich da muss ich nicht mehr zu sagen und genauso ist es letztendlich auch mit der rückerstattung des geldes es ist wirklich für uns nicht ganz so einfach weil wir diese physikalischen merchandise artikel haben den pin t-shirt und den rucksack wenn ihr also im dezember in berlin seid dann holt ihr die sachen dort einfach ab bucht ihr um auf 2021 bekommt ihr dann die neuen sachen in 2021 jetzt könnte es ja vielleicht auch sein dass der ein oder andere noch interesse hat aber trotzdem ein berlin.com 2020 shirt haben zu wollen zum beispiel aber 2020 nicht in berlin ist dann müsst ihr uns bitte noch mal direkt an die info adresse schreiben info at berlin.com.de da müssen wir denn noch mal eine externe abwind abwicklung finden denn wir brauchen wirklich die versandkosten also das geld dafür denn die sind da nicht mit einberechnet sondern wir haben die waren natürlich so kalkuliert dass ihr sie abholt vor ort und jetzt nicht noch mal extra versand da oben rauf gehauen damit natürlich das auch günstiger für euch ist und warum euch versand berechnen wenn ihr es abholt das macht natürlich keinen sinn jetzt ist aber vielleicht der fall dass der ein oder andere ja merchandise haben möchte oder schon gekauft hat aber nicht da ist zum abholen dann uns wie gesagt gesondert anschreiben ansonsten hoffen wir natürlich dass mit diesen möglichkeiten letztendlich für jeden etwas dabei ist dezember oder 2021 oder zum beispiel ein gutschein sollte es da noch mal eine ein oder andere spezifische nachfrage geben oder so ein sonderfall dann schreibt uns gerne an je nachdem wie groß da jetzt die nachfrage ist gibt uns da auch ein bisschen zeit dass wir das beantworten können und drücken wir ganz fest die daumen dass diese system umstellung vom ticket pay auch reibungslos funktioniert so systeme haben ja vielleicht auch manchmal ihre tücken aber noch sind wir da ganz guter dinge und solltet ihr die tage keine e mail im postfach haben von ticket pay dann entweder wendet ihr euch direkt an den support von ticket pay oder ihr schreibt uns wir machen aber auch nichts anderes als ticket pay dann anzuschreiben weil da sind die jungs und mädels von ticket pay dann gefragt die müssen dann noch mal nachgucken und euch gesonderten e mail schreiben aber zu 99 prozent der fälle wenn nicht sogar zu 100 prozent der fälle lag die e mail dann doch in irgendeinem spam ordner oder in einem filter also bei denen wo wir jetzt auch rücksprachen hatten die jetzt noch mal eine e mail gesucht haben beim normalen kauf also durchstöbert da wirklich noch mal euren spam ordner und ansonsten kontaktiert uns oder den support direkt und da werden wir auch eine lösung dann dafür finden nicht wundern in der e mail ist auch eine frist gesetzt also wir mussten quasi eine frist setzen die haben wir auf 30 tage angesetzt also ihr habt dann ab erhalt dieser e mail also rausgesendet ist sie ja heute dann 30 tage um euch für eine variante zu entscheiden ja was passiert nach diesen 30 tagen fragt sich vielleicht der ein oder andere jetzt dann ist es so dass automatisch die tickets die ihr da erworben habt auf den dezember termin umgebucht werden sollte dann wirklich jemand gerade verhindert gewesen sein oder hat es irgendwie verbaselt das ist ja alles möglich wir wissen ja wie das im leben ist dann und er aber nicht im dezember kann dann schreibt uns da auch noch mal an und dann werden wir auch da eine lösung finden es passiert viel wir sind wirklich sehr sehr gespannt wie es weitergeht wir hatten ja auch immer mal schon angekündigt ja im sommer gerade thema pick up louis und clark wer das gehabt hat das findet natürlich jetzt im sommer der berlin kommen nicht so mehr statt aber vielleicht können wir da noch ein kleines event für euch ja anbieten wo dann auch so ein pick up stattfinden kann und 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 da sind wir einfach dabei die regularien natürlich jetzt noch mit abzuchecken und zu gucken was geht also das auch nur noch mal als reminder sobald da etwas handfesteres da ist und wir dazu auch wirklich mehr sagen können informieren wir euch natürlich rechtzeitig ansonsten halt nur noch mal die info da an der stelle guckt euch jetzt also in ruhe denn mal die tage die e mail an mit den möglichkeiten überlegt was da gut für euch ist und dann hoffe ich auf jeden fall dass wir eine tolle berlincon genießen für diejenigen die im dezember dabei sind und das ganze auch im dezember dann stattfinden kann natürlich freue ich mich dann darauf ansonsten begrüße ich euch einfach in den nächsten jahren ich hoffe ihr werdet dann natürlich weiterhin dabei sein und ich freue mich natürlich auch wenn ihr weiter hier den unterhaltung content auf der berlincon seite euch rein zieht da bin ich ja gerade dabei weraks das experiment noch weiter zu lesen da also fleißig mal reinschauen und mit abstimmen da könnt ihr ja in diesem abenteuer spielbuch ja die geschichte mit beeinflussen kommt bis jetzt auch sehr gut an und macht mir auch viel spaß also neben diesen ganzen turbulenten sachen und schwerwiegenden entscheidungen und auch informationen einfach mal ein bisschen unterhaltung content für euch in diesem sinne wenn noch spezifische fragen sind schreibt uns an ansonsten lest euch die sachen da mal durch ich verabschiede mich wünsche euch eine gute zeit bleibt gesund und ciao